Hallo und herzlich willkommen zu Skyvys Minecraft Survival Folge 328 Ich glaube es Wir sind hier am Glas machen Ich glaube grünes Glas Ich muss irgendwo grösser Sand holen Ich hole mich die Sie schotypeln Ich습니다 Hier Ich kann meineakaile Man kann ich Enough Ich bin es Bedeut mich 발ometrie Musik 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 Gut, jetzt ist er aber aber gleich vor dir. Ich glaube das müsste länger, muss er jetzt vielleicht noch 1-2 Stock an Küchen machen. Kohle, könnten wir noch etwas Kohle machen, wobei beim Kohlenvorrat haben wir noch genug von dem selber gemachten von den Bäumen. Was müssen wir noch machen? Kaktusgrün haben wir genug, Kaktus auch. Das klingt halt nicht mehr, das muss man auch. Ja, ich glaube das reicht sogar. Ich glaube ich höre ihn auf. Also sagen wir es so, wir gehen schlafen. Gute Nacht. Ähm. Müssen wir auch wieder mal ein paar machen. Martin nehmen wir gerade mit in diesem Versorgen. Ähm, also Glas haben wir dabei. Ein bisschen Erden, um es zu machen. Weiter hoch machen würde ich gerade nicht mehr. Was nehmen wir mit? Ja gut. Ja gut. Ich habe die Fahrt noch versorgen. Ich wollte die Fahrt noch versorgen. Oh, Folgnummer. Ich muss mal den Speedhub drinnen haben. natürlich 328, links, einfach raus auch. Äh, so. tipptopp und Ich bin der Mentor immer noch hier oben. Ja ja, das reicht längstens. Ah. Kommt noch mehr. Nicht so schnell. Jetzt hat die Blumenmaschine noch funktioniert. Nicht so. Mit Recycling. Wird alles wiederverwendet. Ein paar Blumen hier. Zwei Blumen. Wie viele Töne? Drei. Ein paar Blumen. Zwei Töne. Oh. Straft. What's that? Mal schauen. 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 Hier ist der Aufgang. Hier müssen wir etwas machen. Dann lassen wir ihn auf oder machen zu. Hier ist der Aufgang. Hier ist der Aufgang. Wenn ich den Aufgang zu machen... ...denn, den wir mit dem Aufgang zu verabschieden... ...disch. 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 Okay. 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 Right now. Right now. Right now. Okay. So, langt ihr tipptopp. So, die Kaktus-Spawn-Rote ist nicht so schnell, hm? Hm, hm. So, die Kaktus-Spawn-Rote ist nicht so schnell. So, die Kaktus-Spawn-Rote ist nicht so schnell. So, die Kaktus-Spawn-Rote ist nicht so schnell. Zurück der Kaktus-Spawn-Rote ist nicht so schnell. So, die Kaktus-Spawn-Roteиса Pampte DOT So, 지금로 beim Herbst wäre es das Hialeνο der Red Bur Shi. So, da wird das noch fertig. Wir können es einfach mal laufen lassen, gehen ein wenig die Beine füttern, dann können wir den gleich wieder hin. Es läuft wahrscheinlich nicht allzu weit. Das ist ein Creeper. Wo kommt der her? Creeperlöcher stopfen. Das ist ein Creeper. 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 Zoom Zoom So So alles weg Ich kann eigentlich ein Ding machen Eine ordnommatische Farm Creeperlöcher tun wir mit Steinen Steinen füllen Nicht mit dem Steinen Mit dem Eigentlich noch nicht ganz So Dort haben wir auch genug Ich könnte wieder mal ein wenig angeln Einfach so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020